Trittrat, trulala, rasch mal hier inzwischen geschoben. GoPros hat doch die letzte jetzt den Arsch hochgerissen. Timelapse vom Himmel gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch Bock drauf habe, mir eine neue zu kaufen oder ob wir das mal im Sande verlaufen lassen. Hat ja bisher auch eigentlich nichts gebracht. Ja und auch sonst habe ich da 3-4 Videos letztens gerade gesehen, wo ich eigentlich immer wieder feststelle, die anderen nehmen mir das Wort aus dem Mund. Ich brauche ja nicht mehr irgendwie auch da noch mit einzustimmen. Ich verlinke mal die Beiträge. Der letzte war gerade Dirk Müller, sein Neuester. Dirk Müller, sein Neuester. Wie ich so oft schon erwähnt habe in meinen Videos, dass ich bei Kommentaren, dass die Politiker dumm seien, immer wieder, die haben nur eine andere Zielstellung. Die vertreten halt jemanden in anderen Interesses. Als auch Dirk Müller am Ende seines letzten Videos. Im Prinzip jahnt es genauso. Sinngemäß. Und deshalb werde ich die mal einfach nur alle verlinken, von denen ich jetzt denke, die das da waren. Ich glaube komplett wird es ja nicht, weil ich habe es schon wieder vergessen. Aber Kellner war glaube ich dabei und der Cashkurs. Naja und der Jens von Infrarot. Auch immer sehr hörenswerte Beiträge. Das war einer auch von denen, wo ich gesagt habe, ja dem ist nichts hinzuzufügen. Kann ich genau so unterschreiben, hätte ich genau so sagen können. Und bei mir hören nur viel weniger Leute zu. Deshalb verweise ich einfach lieber mal jetzt auf die anderen, die dasselbe erzählen. Bumbis und Om.